Ein einzigartiges Stück zeige ich euch hier wieder aus dem Besitz Kaiserin Elisabeths von Österreich, nämlich die linke Hand des Königs in Marmor ausgeführt. Die Kaiserin Elisabeth hatte ja in ihrem Schloss im Tiergarten zwei Räume, wo sie alle Memorabilien Ludwigs II. gesammelt hatte. Sie war da ganz akribisch und da war eben auch diese linke Hand von Ludwig II. zu finden. Sie ist unten bezeichnet. Untertitelung des ZDF, 2020 auf dem Schiff being Vielen Dank.